Da kannst du Haufen Zeug sparen. Ich weiß noch, wie sich meine Leute immer übelst aufgeregt haben. Gerade weil drüben ja so wenig von dem blauen Erz rumsteht. Kobalt. Wie soll ich denn jemals gehen? Na, einfach warten. Es gibt Gegenden, da steht mehr rum. Und ansonsten vorher einfach alles mitnehmen. Was du zu viel hast, kannst du immer noch verkaufen. Links ist einer, ja. Weißt du, dass die im Mund entgegen meine Bettenblitze, das verstehe ich ja. Aber die Wasserdinger sind halt... Hm, es perlt ab. Ja, weiß nicht, die haben eine besondere Wasserletierung oder keine Ahnung. Das weiß keiner, worum es abperlt, aber es perlt ab. So, Physik, setz sechs, bitte setzen. Die Kristalle, die rauskommen bei denen, wenn man die hackt, die sind auch vergewertet. Jawoll. Das Muster, was dir überall entgegenkommt. Ach, die Tasche, ja. Ist noch einen gefunden? Hier ist noch einer. Da drüben ist dann der letzte. Das doch. Jo. Und noch zwei Muskelpunkte, Bergbauer. Das stimmt ja, wenn man die letzte von Nessingway noch nicht abgegeben. Nein, Hände weg von der Wolke. Doch. Die müsste hier, ja. Hände weg von... Schlimm. Drei Luftpartikel. Mit sowas muss ich mich die ganze Zeit rumschlagen. Ja, das ist coole, 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 coole. Na, kann man doch nur den Kopf schütteln und verzweifeln. Ich habe schon zwei. Was habe ich noch ein paar Ticke? Habe ich auch noch. Das ist ja ein drittes Krieg. Auf. Ja, ich verkaufe nicht so gute Idee. Ne, geht's halt. Ja. Ebenso. Ebenso. Die Motive Beutel. Wurfverbraucht man nicht. Oh, Schusswürfel. Ist noch besser, hat noch mehr Angriffskraft. Aber weniger Beweglichkeit. Hey. Zwölf außer die zwölf Crit. Dann müssen wir die neue mitnehmen. Okay, that's it. Der neue Knift. Aber acht Beweglichkeit. Jo. 1389, 1391 Kraft. Hm, hm. Ist doch besser. Erstmal abhauen. Warte mal. Gab's hier? Achso, ja, das war ja die letzte von dem. Yep. Deswegen erstmal vorm Zwerg abhauen. Hm. Der Miffelt so komisch. Das ist Horst. Das bin ich, ich. Hm. Den könnte ich bei sowas immer vorschieben. Natürlich immer alles auf das arme Bärchen schieben. Ist doch, Adamant. Hm. Oh, der leh. Oh, der leh. 19 Quests durften wir auch bald alle haben. Also die, die machbar sind. Gab's ja noch eine riesen Quest? Ja, doch, die, äh, wie gesagt, der, der... War die nicht die von der Horde? Haben wir sowas auch sowas ähnliches? Äh, wie gesagt, die von Altarius ist ja noch die große, der uns jetzt erstmal nach Shadrat an das geschickt hat. Hat der dann ganz viele, die für Nagram zählen. Quizbänden. Kerne eines Mütenden, jawohl. Das sind die, die mal beschmeißen müssen. Nein, das sind immer noch nicht die, die wir beschmeißen müssen. Ach, das ist der Abdruck, den wir gekriegt haben, ja. Wir müssen jetzt hier, die Geister und die im See, müssen wir killen. Roma, wir werden überleben. Nun. Schlamm tauchen, gibt's hier was Schönes? Lederbeweglichkeit, nee. Tauchen und dann die Wütenden da oben. Ich habe kein Ziel. So, schön nah hier. Das ist immer... Ich kenne die sind immer nur so übelst weit auseinander. Ja, das haben sie ein bisschen. Warte, oben ist einer. Ach, die kann ich wieder... Das ist ja auch die Bohnen, damit du hier unter Wasser atmen kannst. Extra bekommen. Die kannst du eigentlich schon rausschmeißen. Ja. Zu wenig, wie du hier Luft brauchst. Das war original auch mal anders. Oh, egal. Gibt's so Sachen, da beschwert man sich nicht drüber, ne? Ja. Jo, acht von acht. Können wir hier auch aufsitzen, jo, ne? Ja, mit Wasserwandern kannst du hier auch sitzen. Deswegen habe ich die Glyphil ja immer drin. Nice. Da macht's wesentlich einfacher. Hier ist ein Achtz... Oh. Timber ist hier. Kennst du den? Ja, Parabellum. Das ist die Glyphil, der meine Match ist. Ach, die Hütten einzünden. Ja, 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 ja. Zubauen. So, wollen wir die gleich machen? Ne, erstmal die Elementare. Wenn wir dürfen. Wenn die da sind. Ah, hier hinten sind doch zwei. Ich brauch schon zwei. Hier in der... Hier links sind noch zwei drinnen, in der kleinen. Mhm. Oh Gott. Er ist einfach verrückt. Warum? Ähm, Timbers ist, äh, jemand, wie gesagt, aus meiner Gilde. Mhm. Und der hat auf seinem Dudu, äh, Balanür, Meister der Lehren, etc. pp. Also ich glaub, über fast 11k Erfolgspunkte. Und sein zweiter hier, sein Palatimbers, mit dem macht er grad Meister der Lehren. Mhm. Nö, wenn man Zeit hat, ne? Und Lust hat dazu, jo. Der ist auch verrückt, der hat wahnsinnige und alles, ja, ich glaub, der hat dir grad geklöppelt. Ah, Timbers. Da oben ist noch einer. Wieso hab ich noch nur erst einen? Weil du die looten musst. Ach so. Das ist ne Loot-Quest, Herr. Mhm. Die seh ich gleich weiter. Das war unser. Gut. Ne, hier hinten sind doch noch welche. Wenn man das ein bisschen länger macht, dann weiß man, dass hier hinten noch welche sind hinter der Arena. Nö, ich hab, die Pausen von mir sind zu lange, du vergisst es dann irgendwann wieder. Wegen hat man ein laufendes WoW-Wiki dabei. Ich wüsste das auch mal alles auswendig, aber jetzt sind die Zeiten schon wieder durch. Das ist... Ich bin außer Reichweite. Dafür spiele ich insgesamt zu wenig WoW. Ich spiele zu viel WoW, das ist mein Problem. Da hatte ich mal eine ganze Zeit, aber jetzt mittlerweile kaum noch. Mist, das ist eigentlich da. Seit zwei, drei Jahren nur noch fürs Let's Play. Aber stimmt, hier waren ja rundherum auf diesen Plattformen überall diese. Diese Elementor. Schießen? Jetzt. Ach, da tut das Krall herum. Ich muss hier nicht die Teilbuchse anbauen. Das war der Horst. Der knut einfach alles an. Das ist dieser Schlag. Der Akrohorst ist wieder unterwegs. Ich glaube, das war nämlich, ja, darum geht es noch nach Sanger schon. Oh, das müssen wir noch erkunden. Ja, es war irgendwie so blöd, der eine Punkt hier. Ja. Ich weiß gar nicht, ob du da direkt auf dem Weg warst, oder? Das war hier irgendwie so ganz, ganz blöd. Nee, hier bin ich schon wieder zu nah ran. Was war es hier hinten auf der Höhle? Das war hier irgendwie bei den Höhlen. Ich habe die Erkundung auch gar nicht offen. Das wundert mich. Erkundung geht. Scherpenwelt. Na, Krent. Fehlt nur noch die Zwielichthöhle. Nee, Konstruktionslager. Die Zwielichthöhlen sind, glaube ich, das dahinter, dem Kronen. Konstruktionslager dann. Ganz oben, die Scherben? Ja. Nee, wenn du hinter den beiden Konstruktionslagern dann da, wo das... Da ist ja dann der große, dicke, rote Mob noch und das Tor. Hm, das Elite-Gebiet dort hinten. Wolltest du hier jetzt weiter machen, oder wolltest du hier nur drüber fliegen? Nö, nö, nö. Ich bin dir hinterher geflogen. Ja, weil ich dachte, der Punkt wäre hier, aber nee, dann haben wir den scheinbar schon. Jo. Einen Koki brauchen wir auch noch nicht machen. Dann brauchen wir die Verdammnis, die Kerne und... Nö, dann machen wir erstmal hier die Häuser entzünden. Ah. Dann fliechen wir mal weiter. Le Wichsus. Auf zur Unendlichkeit und noch viel, viel weiter, oder wie war das? Hm. Ah. Der Wildhammer fest. Äh, nee. Sal Salabim überreden. Jawohl. Na, der funktioniert ja jetzt auch wenigstens wieder. Den hab ich unten gesehen. Sharkrod noch abgeben. Area 52. Nein. Siegel des Sinsons. Das dauert noch. Ja, wie gesagt, das nächste, was dann irgendwann mal ist, wären vielleicht mal die Tangents. Ja, die müssen wir noch nachmachen. Das ist dann, ja. Da muss ich mal Lust zu haben. Da muss ich mich wieder hinsetzen, erstmal gucken. Ich hab mir das, glaube ich, aufgeschrieben. Wo es die ganzen Quests gibt. Die muss ich ja vorher immer erstmal einsammeln. Ja. Das könnte man auch in Form von einem Guide machen, aber da bin ich schon wieder zu faul. Ja. Weil wenn wir da durchrennen, geht das auch so schnell, da könntest du auch zusammenschnippeln, weißt du. Ja. Wo was ist. Das Ist. Ja.